Also wie geil ist das denn, dass du für so eine kleine Wanderfunke lobstierst? So, wir haben es jetzt endlich geschafft, nach drei Stunden Fahrt und mit einem Tramper, den wir noch mal mitgenommen haben. Kalle. Kalle? Genau. Jetzt sind wir jetzt endlich im Schwarzwald. Leider ist es dunkel. Na klar. Hier liegt Schnee. Ja, vier Grad und liegt Schnee. Morgen zeigen wir euch mal, wie es hier aussieht. Oh, ja, ja. Okay, guckst du. Tschüss. Jetzt schauen wir uns mal die Hütte an hier. Ich finde sowas ja immer gruselig, aber Dominik findet das cool. Aber ist cool, tatsächlich. Max, komm mal gucken. Mit Grill. Oh, es riecht hier auch richtig schön. Einen Topf haben wir auch. Och, Max, Mensch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, er macht Kaffee. Sieht gut aus. Ich warte mal. Ich habe das Gefühl, ich bin der어시만ig. Ich habe das Gefühl, ich bin der Norte. Ich habe das Gefühl, ich habe den Norte. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Was waren wir heute? Gehen wir wandern? Gehen wir wandern? Ja, so schönes Wetter. So, jetzt bin ich auch für euch geeignet. Wie jeden Morgen gibt es ja einen Kaffee, standardgemäß hier. Wie macht ihr eigentlich euren Kaffee? Auch so? Oder hier Oldschool? Das ist doch Oldschool. Ich finde das auch Oldschool. Ja, aber manche meinen es ja Oldschool mit einem Filter. Das heißt Kaffee, ach Kaffee heißt genau, Wasser. Es spritzt. Es spritzt. Es spritzt. Keine Ahnung. Es spritzt. Max ist auch bereit und jetzt werden wir eine kleine Wanderung wandern. Hier soll es nämlich so einen See geben. Ich glaube der Klaas. Wie heißt der Klaassee? Klaas. Klar, Klaassee, irgendwie sowas. Und da werden wir mal schauen, dass wir da hinkommen. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Next, Miss Nila. So, ich glaube, wir haben den Sieblich erreicht. Oh, man kann ihn ja kommen. 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 So, nach getaner Wanderung. Ja, Max, genau. Ja, das ist echt praktisch, wenn man so einen Kocher immer schön mit rausnehmen kann. Denn endlich haben wir schönes Wetter und wir können draußen unseren Kaffee machen. Max buddelt. Na ja, dann mache ich den Kaffee. Das macht dann die Frau, wenn der Mann Kaffee macht. Und damit es beim nächsten Video auch wieder ein glückliches Lied gibt, muss ich erstmal wieder Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Also hier sollen irgendwo Wasserfälle sein und ich liebe Wasserfälle. Deswegen suchen wir die jetzt mal. Ja. Wie gesagt, eine kleine Wanderung zum Abschluss. Tschüss. 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 So, dann probieren wir mal. Was habe ich gesagt? Wildbirne, ne, glaube ich. Man darf, glaube ich, gar nicht sagen, wie viel Uhr wir haben. Ja, früh shoppen, ne? Viertel vor elf. Probieren wir mal die Wildbirne. Kleine Schlückchen. Oh, riecht gut. Oh, das riecht wirklich gut. Riecht richtig gut. Mach das nicht zu Hause nach. Nicht gut. Ist lecker. Süßlich. Finde ich gut. Vielleicht tun wir uns da was. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch eine Station. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.